Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir treffen uns im Hauptmenü, weil das Spiel, oder die Entwickler besser gesagt, beschlossen haben, vor zwei, drei Tagen einen riesigen Patch für Pillars of Eternity 1 rauszubringen. Und zwar mit einer neuen Unity-Version und allem Möglichen. Deswegen dachte ich, wir laden mal vom Hauptmenü, also starten mal vom Hauptmenü aus und laden unseren letzten Spielstand. Und dann gucken wir mal, was sich so getan hat, ob wir noch laden können, wie lange es laden braucht. Also das Laden dauert ein bisschen, kann auch sein, dass es jetzt das initiale Laden ist. Bis das Spiel richtig warm geworden ist, sagen wir einfach mal. Ich hoffe einfach, dass es lädt und nicht abschmiert. Okay, es hat geladen. Und wir sind immer noch in der Eisenfregelfestung. Und haben unsere Quests. Und soweit ich mich erinnere, bevor ich irgendwas vergesse, haben wir auch noch eine Mission. Ein Kranz aus Asche. In der Valianischen Republik Palminer verbrennen Vandalen Tribute, die auf einem Militärfreude für die Toten abgelegt wurden. Die Dujessa ist zwar verärgert, besitzt sie jedoch keine örtlichen Ressourcen, um das Problem zu lösen. Da die Republiken bald im 50. Jahrestag der Schlacht von Lagon Pirella begehen wird, möchte die Dujessa das Missilium so schnell und unauffällig lösen lassen. Okay, das klingt wieder nach einer Aufgabe für Palegina. Gut. So, in der letzten Folge sind wir hier aus dem Kommandoposten gekommen und wurden freundlichst begrüßt von zwei riesigen Monstern. Wir haben mit Mania was zu bereden. Und wir haben Quests, Updates, oder? Gucken wir erstmal, was hatten wir hier unten? Noch mal ein Kopfgeld. Zwischen Dürfurt und Kliabahn, Relac. Okay, das können wir später machen. Das der Erinnerung war Mania. Da hat sich nichts getan. Seine bessere Hälfte war das mit dem Drachen. So, Eisenfliegel haben wir abgeschlossen. Der Eisenfliegel mag keine Besucher, aber ich habe den Weg in die Festung gefunden. Adarik muss sich in der Nähe befinden. Ich bin dem Kommandanten der Festung begegnet. Er hat die Gesandte aus Dürfurt gefangen genommen und er wird nicht erfreut über meine Einmischung sein. Adarik hat die Gesandte aus Dürfurt in einer Zelle eingesperrt, die in den Erdboden seiner Hütte eingelassen ist. Nachdem der Kommandant nur aus dem Weg ist, können die Gesandten freigelassen werden. Es hat sich herausgestellt, dass einer der Gesandten die Verhandlungen sabotiert hat. Sie hat sich selbst das Leben genommen, bevor sie auf die übliche Weise befragt werden konnte. Aus ihrer Erinnerung habe ich Wissen über den Tempelkomplex erlangt, von dem sie geschickt wurde. Jede weitere Untersuchung muss warten. Es klingt, als gäbe es von den Turmen Konflikte. Riesige Kreaturen haben die Festung des Eisenfliegel und sah ihre Bewohner angegriffen. Dazu zähle ich. Ich konnte die Heilkläse Koalition mit dem Eisenfliegel entschärfen und gleichzeitig einen potenziellen Verbündeten gewinnen. Kommandant Adarik, seines Zeichen, ebenfalls Wächter. Zawort ist vorher sicher vor den Ritzeranern. Allerdings hat sich der wahre Feind gezeigt. Eine Armee gigantischer Kreaturen, welche die Augenlosen genannt werden. Das sind auch die, die Dürgans Batterie vernichtet haben. Das mit der Festung hatten wir schon. Eine der Gesandten aus Stalworth war eine fanatische Anhängerin Ondras, die sich selbst das Leben nahm, ehe sie befragt werden konnte. Ich habe in ihrer Seele erfahren, dass sie aus der Abtei des gefallenen Mondes gekommen war und dass der Abt dort von der Armee weiß und sie von einem Ort aus zurückrufen kann, den er das Reliquia nannte. Wenn ich in diesen Raum gelange, kann ich die Wissens Invasion vielleicht aufhalten, ehe sie beginnt. Der Abt erwähnte auch, dass eine gewisse Gezeitenbringerin kommen würde, um ihn abzulösen. Dieses Wissen könnte nützlich sein, um in die Abtei zu gelangen. Die Weiße Erse wurde dank der Bemühungen in der Weißmark wiederhergestellt. Die steigende Flut Die Abtei des gefallenen Mondes enthält vielleicht den Schlüssen, um die Armee aufzuhalten, die ich in meinen Träumen gesehen habe. Einer der Gesandten von Stalworth, die geschickt wurden, um mit dem Eisenpfleger zu verhandeln, war eine Ondritin, die aus einer Abtei im Norden entsandt wurde, um die Ceraner von ihrem Kurs abzubringen. Offenbar wusste der Anführer der Abtei namens Kaoto, wie man die Monsterarmee aufhalten konnte. Er erwähnte, dass es im Reliquia getan werden müsse. Er sprach auch von einer Besucherin, die in der Abtei erwartet werde, um seinen Platz einzunehmen. Der Gezeitenbringerin, also die Gezeitenbringerin. Aus der Seele des Unterrichtens konnte ich das Wissen schöpfen, wo der Pfad zu dieser Abtei liegt. Ich muss dort hinreisen, wenn ich diese Gefahr aufhalten will. Jetzt reden wir erstmal mit Manea. Wir sollten uns wohl geertführen, dass jemand diese Dinge auf uns gehetzt hat, aber wir wäre eine Karte lieber gewesen. Sie wischt sich das Blut vom Hals, riecht dann ihrer verschmierten Hand und zuckt mit den Achsen. Wahrscheinlich mit den Achseln. Ich hatte Gerüchte über die Augenlosen gehört, aber ich dachte immer, der Name wäre eine Metapher. Ich hätte sie wohl Kolbenhände des Untergangs genannt, wenn mich jemand gefragt hätte. Unverbindlich nicken, deswegen hatte ich niemand gefragt, wie sie auch heißen mögen. Sie werden durch meine Hand fallen. Unverbindlich nicken. Das ist also die rätselhafte Armee, von der du geträumt hast. Tja, ein Wunder, dass du überhaupt noch schlafen konntest. Deswegen sind wir auf dem Weg zur Abtei, um sie aufzuhalten. Ich bereue jede einzelne meiner Entscheidungen, die mich hierher geführt haben. Aber ein Lebensbilderplan ist immer noch besser als gar keiner. Liegt dir etwas auf dem Herzen? Ich dachte, du würdest dich freuen. Du schufst schon lange nach der Abtei. Keine Sorge, wir finden auch den Salzbrunnen. Liegt dir etwas auf dem Herzen? Zu wissen, dass ich endlich kurz davor stehe, diese Erinnerung loszuwerden, lässt sie in meinem Kopf nur noch größer werden. Sie geht auf und ab und dreht sich eine Haarsträhne um den Finger. Sie hat mit mir seit Jahrzehnten gedreht, mich halbwegs über die gewisse Welt. Und? Das klingt nach einer ungesunden Beziehung. Vielleicht musst du es loswerden. Es wäre leichter, wenn du es mir einfach sagst, an was du dich erinnerst. Und? Sie bleibt stehen und seufzt. Es ist Zeit, dir zu erzählen, was ich getan habe. Nun gut, lass dir Zeit zuhören. Es war ein Krieg, vor Jahrhunderten, vor der Edirischen Vereinigung. Sie verschränkt die Arme vor dir. Ich war damals Soldatin. Ich habe in den nördlichen Wäldern einen Feldzug angeführt, um einige der abgeschiedenen Kulkin-Dörfer zu unterwerfen. Brutale Arbeit. Das verstehe ich nicht. Welcher Krieg? Es war vor 500 Jahren, als Edir auf einer Seite ein Menschenkönigreich war, auf der anderen Elfenland. Sie bekämpfen einander immer wieder, ehe sie sich vereinten. Jetzt heiraten die Herrscher der Menschen und der Elfen sich untereinander, um den Frieden zu wahren. Und weiter. Richtig, der Feldzug. Ein Drittel meiner Truppen habe ich an dem Wald verloren, ein weiteres Drittel an die Elfensperre, die sich darin versteckt hielten. Als wir das erste Dorf erreichten, hatten wir ihre Verteilung zerschlagen und sie hatten uns fast ausbluten lassen. Sie schüttelt den Kopf. Es waren fast nur noch Kinder und Alte übrig, aber sie bespuckten uns, als wir in das Dorf einmarschierten. Sie verzieht zornig das Gesicht, ihr Blick ist kalt. Den Aufwärtesten ergaben sich und bunten uns den alten Versammlungssaal als Schlafsaal an. Als die Sonne unterging, versuchten sie ihn um uns herum niederzubrennen. Ich schließe die Augen. Sie konnten nicht einmal ein ordentliches Feuer entfachen, aber darum ging es nicht. Um was ging es? Sie haben euch hintergangen, nachdem sie sich ergeben hatten. Ein ernstes Vergehen. Du musstest an ein Exempel an ihnen statuieren. Um was ging es? In ihrem Trotz sah ich Monate voll von weiteren sinnlosen, blutigen Schlachten um den Rest der Region. Ich musste sie brechen und ich musste den übrigen Dörfern eine klare Botschaft senden. Ihre Enden zittern, als sie sie anhebt, um ihr Gesicht zu bedecken. Also habe ich jeden einzelnen von ihnen an die Bäume im Dorf nageln lassen und sie dort sterben lassen. Was ist dann passiert? Du hast diese Dorfbewohner getötet, um weitere Kämpfe zu verhindern. Du warst in diesem Leben selten noch in einem Piratin. Ist das wirklich so ein großer Unterschied? Das ist ja grauenhaft. Das warst nicht du, Mania. Du hast keinen Grund, eine 500 Jahre alte Erinnerung mit dir herumzuschleppen. Du wirst das bald hinter dir lassen. Das warst nicht du. Das habe ich auch versucht, mir einzureden. Jedenfalls müssen wir jetzt weiter. Sie schuldet in den Gepäck und erhascht einen kurzen Blick auf etwas Seltsames darin. Ein dickes Stoffbündel, das in Leder eingewickelt ist. Was ist das? Etwas, was ich mir für bessere Tage aufgehoben habe. Sie steckt es weg. Lass uns gehen. Okay. So, jetzt ist mein Plan, erstmal den Außenperimeter der Festung mir mal anzusehen. Weil jetzt können wir ja auch alles mitnehmen, was es hier so gibt. Gebetsarmband, Ring der Überwachung. Das hier Grabsteine sind, ist makaber neben der Festung. Wie die umstehende Steine trägt auch dieser Grabstein nur einen einigen gekritzelten Namen als einzige Inschrift. Also ja, ich gehe jetzt einmal rum und herum. Ich glaube, das kann ich auch im Schnellgang machen. So wie es aussieht, haben die Rezeraner die Festung, wenn man es so nennen will. Ich würde es eher als kleines Vor bezeichnen. Oh, junger Schneebär und ne Menpefgra. Ich bin hier. Ich bin hier. Diese Störung im umliegenden Wald erstreckt sich fast bis zum Horizont. Oh, Dürkaneisenbahn und ne zerfetzende Politiz. Ich muss die Festung verstecken. Hier wimmelt es von Soldaten. Sack, oh Wiener, dass ich es wieder gut mache. Hm. Ich bin hier. Also ja, der Haupteingang ist auch zerborsten. Ist eigentlich der Nebeneingang. Der Nebeneingang ist glaube ich nur von mir geöffnet worden. Ich bin mir wenigstens froh, dass ich mich nicht durch die ganze Festung kämpfen musste. Na gut, ich bin Max Level. Ich bin ganz presente. Ich bin明 11. Ich bin Max Level. Vielen Dank.